Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um das Thema Phishing von Webseiten. Wir werden erst darauf eingehen, was das ist, an einem persönlichen Beispiel erläutern, wie das alles abläuft und dann auch selbst einmal eine Phishing-Website zu Demonstrationszwecken erstellen. Im ersten Video werde ich jetzt grob darauf eingehen, was das Phishing ist und wie es funktioniert. Also, als Beispiel gehen wir mal hier auf die Seite Amazon. So, wir klicken auf Anmelden und dieses Fenster erscheint normalerweise, wenn wir uns anmelden. Jetzt kommt aber ein dritter her und sagt, okay, ich kopiere mir die ganze Seite, haue das auf einen extra Webspace. Der hat zwar dann eine andere Domain, aber dazu kommen wir gleich noch. Und dann sieht das genauso aus wie hier. Ist dann auf einer anderen Website, nicht mehr Amazon.de und dann habt ihr genau diese Felder. Da kriegt ihr wahrscheinlich irgendwann den Link mal zugesendet von irgendjemandem, der sagt, ja, okay, geht da mal drauf, meldet dich da mal an. Das ist Amazon oder unter einem anderen Vorwand eben. Und dann seid ihr so gutgläubig und meldet euch auf dieser Seite an, die genauso aussieht wie Amazon, aber hier oben eine andere Domain hat. So, dann wenn ihr auf Anmelden geht, werden eure Daten an Dritte weitergeleitet und ihr kommt auf die originale Amazon-Seite, wo ihr dann nochmal dieses Login-Fenster seht. Jeder normale Mensch würde davon ausgehen, okay, es war ein Fehler von Amazon, jetzt muss ich meine Daten nochmal eingeben. Ihr gebt eure Daten dann nochmal ein. Diesmal seid ihr aber wirklich auf Amazon, weil ihr weitergeleitet wurdet. Und dann funktioniert alles. Und ihr habt gar nicht gemerkt, dass Dritte eure Daten haben. Was kann man also dagegen unternehmen, dass das euch nicht passiert? Das möchte ich kurz an einem persönlichen Beispiel erläutern. Und zwar habe ich vor ein paar Tagen, beziehungsweise gestern, diese E-Mail bekommen. Und ich dachte, okay, ich habe eigentlich gar kein Amazon-Konto, deswegen war ich ein wenig verwundert. Wir schauen zunächst erstmal auf den Absender. Dort steht von Amazon. Ja, okay. Mag da stehen. Halten wir mal die Maus drüber. Hier steht Amazon in Klammern oder in diesen eckigen, kleiner und größer als Zeichen. Admin at getmoneyacademy.com ist ein sehr schöner Name, der spricht mich an. Aber es hat nichts mit Amazon zu tun. Ich glaube, das ist schon ein eindeutiges Indiz dafür, dass euch hier jemand knallhart über den Tisch ziehen will. Was steht in der E-Mail drin? Wie zu sehen, steht hier drin, dass meine Zahlungsquelle veraltet ist und diese aktualisiert werden muss. So, ich muss dazu folgenden Link aufrufen und das wäre dieser. Der sieht auch auf den ersten Blick für Leute, die sich mit der Materie nicht auskennen, sehr seriös aus. Hier steht Amazon.de, hier steht HTTPS, also auch eine sichere Domain mit einem SSL-Zertifikat und Sign-In für Login praktisch und dann aktualisieren gleich True und Code. Jetzt ist es meiner Meinung nach ein wenig unseriös, wenn wir uns mal die URL anschauen, aktualisieren gleich True. Aktualisieren ist das eine Attribut, das hat den Wert True, also richtig. Und dann werden die Attribute ja durch ein Und getrennt. Dann steht Code. Aber dem Code wurde kein Wert zugewiesen. Das bedeutet, meiner Meinung nach müsste dem Code, wenn es wirklich eine seriöse URL wäre, auch noch ein Wert zugewiesen werden. Keine Ahnung, in dem Fall vielleicht 735, das weiß ich nicht. Aber es ist schon mal sehr merkwürdig, dass dem Code hier kein Wert zugewiesen wurde, meiner Meinung nach. So, jetzt genau, jetzt gucken wir uns mal die URL an. Jeder normale Mensch würde jetzt sehen, okay, hier ist eine URL, da klicke ich jetzt drauf. Da werde ich weitergeleitet zu der Seite, wo ich meine Zahlungsmethode aktualisieren kann. Das machen wir auch mal direkt. So, jetzt werden wir gleich weitergeleitet von Web.de. Genau, jetzt sind wir hier auf dieser Fake-Seite angekommen. Die genauso aussieht wie Amazon, die hat sogar ein SSL-Zertifikat. Schauen wir uns das gleich auch nochmal an. Hier steht amazon.de-true-app-sid.accountant oder whatever das auch sein soll. Und dann slash authentication und dann irgendein komischer Code und dann Step 1. So, das ist jetzt schon mal äußerst unseriös. Denn Amazon hat eine solche Domain nicht. Weil die amazon.de-Domain ist ja reserviert. Die kann nicht wiederverwendet werden. Deswegen denkt man sich, nimmt man einfach eine Domain, die ähnlich ist wie Amazon, so dass dem Nutzer glaubhaft versichert wird. Er ist auf Amazon und er kann jetzt seine Daten hier eingeben. So, bevor wir das aber machen, gucken wir uns nochmal die E-Mail an. Mitteilungscode. Ja, ist vielleicht so üblich, dass Amazon Mitteilungscode verschickt. Das weiß ich nicht. Jetzt gucken wir uns mal das Bild an, was hier eingefügt wurde. Weil das ist ja amazon.de und jetzt gucken wir uns mal dieses Bild an hier. Das öffnen wir mal in einem extra Tab. So, was sehen wir jetzt hier? Das ist ein Anbieter, wo man kostenlos Fotos hochladen kann. Jetzt sehen wir auch schon, die Datei heißt hbcuifo.gif. Das ist also eine GIF-Datei, die einfach in die E-Mail mit angehangen wurde. Das bedeutet, Amazon würde niemals auf einer Website, wo man kostenlos Fotos hochladen kann, ihr Logo hochladen. Das würden die einfach nicht machen. Die haben dafür auf ihrem Webspace, haben die da extra wahrscheinlich einen Ordner für, wo dann die ganzen Bilder und Includes alle drin sind. Die würden niemals das auf einer kostenlosen Seite, wo man Bilder hochladen kann, hochladen. Das ist auch schon mal sehr unseriös. An dem Punkt hätte ich dann echt Zweifel gehabt. So, jetzt haben wir jetzt aber gesehen, der Link ist ja jetzt ein anderer, als wie der hier steht. Und zwar kann das dadurch kommen, dass man diesen Link zwar sieht, aber hinter dem Link, was der Nutzer nicht sieht, ist der Link versteckt, der auf diese Seite weiterleitet. Das bedeutet, wenn ich mir jetzt mal den Link kopiere, wenn man das so machen würde und nicht draufklicken würde, kommt man zu Amazon und Amazon sagt, tut mir leid, die Webadresse existiert nicht. So, aber man ist davon ausgegangen, dass man auf diesen Link draufklickt und dann kommt man natürlich auf diese Fake-Seite, sage ich mal. So, sieht ganz seriös aus, sieht aus wie Amazon, hat sogar ein SSL-Zertifikat. Das schauen wir uns mal an mit F12 im Chrome-Browser, können wir das sehen. Und dann View Certificate. Jetzt sehen wir hier, gültig bis 31.12.2017 und wurde ausgestellt von Let's Encrypt Authority. Tja, das ist mal was ganz Neues, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe damit sehr wohl gerechnet, weil dieses Let's Encrypt, wenn wir das mal suchen im Internet, kommen wir hier, Free SSL-Zertifikate. Dort können wir praktisch für drei Monate unser kostenloses SSL-Zertifikat nutzen. Das habe ich auch persönlich schon gemacht mit einem V-Server und dann kann man dann mit dem ZertBot sich dann das SSL-Zertifikat holen. Das ist überhaupt keine Kunst. Also das ist echt ein leichtes, an ein SSL-Zertifikat wie dieses ranzukommen. Man braucht bloß das nötige Hintergrundwissen, um zu sehen, okay, ist das jetzt ein seriöser Anbieter, der dieses SSL-Zertifikat hat oder nicht. Und hier sieht man schon, ja, es ist sehr unseriös. Aber was passiert denn jetzt eigentlich, wenn wir unsere Daten hier angeben? Ich mache das jetzt mal mit Testdaten, die natürlich wie immer frei erfunden sind. So, Passwort Test 123. Jetzt melden wir uns mal an. Dieser Account existiert übrigens überhaupt nicht auf Amazon. Das habe ich vorhin schon probiert. Er existiert nicht. Das heißt, wenn das jetzt die echte Amazon-Seite wäre, müsste Amazon mir sagen, es geht nicht, die Daten sind nicht vorhanden. Oder das Passwort stimmt nicht oder was auch immer. Klicken wir mal auf Anmelden und wir wurden angemeldet. Mensch, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Was jetzt aber wieder ein Punkt ist, wo ich auch nachdenken würde, wäre, der hier oben. Hier steht Hallo, Anmelden. Das heißt, bei Amazon, wenn man angemeldet ist, steht dort Hallo und dann der Nutzername. Hier muss man sich erst noch anmelden. Da fragt man sich, warum? Ich habe mich doch gerade schon angemeldet, weil ich kann doch hier meine persönlichen Daten jetzt eingeben. Jetzt klicken wir mal auf Anmelden und dann kommt nur dieser schöne Hashtag da oben. Der Hashtag ist einfach, der erscheint, wenn man auf einen Link klickt, der im Seitenquelltext zwar definiert ist, aber als Raute definiert ist. Und eine Raute leitet nicht weiter. Also die Raute steht einfach nur oben mit in der URL-Leiste, aber macht nichts. Das heißt, ich könnte jetzt hier draufklicken und es würde nichts passieren. Dann drücken wir wieder mal F12 und gucken mal nach bei Elemente. Wo haben wir das denn? Das, die Navigationsleiste. Gehen wir hier weiter runter. Genau die Leiste brauche ich. So, UL. Und dieses List-Item. So, und hier, normalerweise müsste jetzt hier stehen, keine Ahnung, login.php. Steht dort aber nicht, da stand gerade noch Hashtag. So, wenn ich das jetzt schließe und jetzt hier draufklick, dann würde ich jetzt auf die login.php-Seite weitergeleitet werden, die mich anmeldet, aber da sagte mir ja Error, weil die Seite ja gar nicht existiert. So, jetzt habt ihr auch schon gesehen, das heißt, wenn ich die Seite jetzt neu lade und wie vorhin jetzt einfach Step 1 wieder eingebe oder wieder zurück will, mich praktisch abmelden will und die Seite einfach mal neu lade, komme ich trotzdem wieder auf diese persönliche Angabenseite, sage ich mal, wo ich jetzt meinen Vornamen und Nachnamen eintragen kann. Aber hier wird nicht mit Cookies gearbeitet, so wie bei Amazon, sondern hier gehe ich ganz klar davon aus, dass hier mit Sessions gearbeitet wird. Sessions werden gespeichert, solange der Browser auf ist, also aktiv ist. Wenn ich den Browser jetzt schließe, erlischt die Session. Bei einem Cookie ist das anders. Cookies werden zentral auf dem Rechner gespeichert und können immer wieder vom Browser abgerufen werden und auch von der Website abgefragt werden. Sessions existieren nur so lange, wie der Browser aktiv ist. Wenn ich den Browser schließe, ist die Session auch tot und ich muss mich jedes Mal wieder anmelden. Das bedeutet, wenn ich den Browser jetzt schließe und den Step wieder eingebe, würde ich wahrscheinlich dann wieder auf die Anmeldenseite kommen, die ja auch so gesehen gar nicht funktioniert. So, jetzt werde ich hier dazu genötigt, praktisch schon mein Vorname, mein Nachname, mein Geburtsabon und alles einzutragen. Kann ich machen. Ich kann jeden Mist hier eintragen. Ich kann natürlich alles falsch angeben. Das interessiert natürlich keinen Schwein. Kreditkartennummer, ja. Irgendwas. Gültigkeitsdatum, irgendwas. Die Prüfziffer 1234. Limit auch 500. IBAN, irgendwas. Und BIG, auch irgendwas. Gehen wir auf fortfahren. So, und jetzt kommt Verifizierung abgeschlossen. Sie können ihr Benutzerkonto wieder wie gewohnt benutzen. Und dann freue ich mich doch und gehe zur Startseite. Und dann werde ich weitergeleitet auf Amazon. Ja, und die Zahlungsmethode habe ich auf Amazon gar nicht aktualisiert, was gar nicht notwendig ist. Aber dritte Leute haben jetzt meine Daten und können die jetzt weiterverwenden und dann wird schön einkaufen und freuen sich natürlich jetzt. Und wie das Ganze funktioniert, das sehen Sie im nächsten Video, wo wir dann nochmal drauf eingehen werden, was steckt dahinter, wie komme ich als SSL-Zertifikat, wie erstelle ich die Datenbank, wie speichere ich das alles ab. Das alles dann im nächsten Video.